Herr Lebert ist ja schon vorgestellt worden vorhin. Ich habe das Zeitwissen-Magazin mitgebracht, was sehr an ein anderes Heft erinnert, jedenfalls mich, mich sehr anspricht und über die Optik sprechen wir gleich im zweiten Teil. Andreas Sendker hat ja gerade die kleine Einführung gemacht, dass Sie eine Blattkritik gemacht haben beim Zeitwissen-Magazin und da noch gar nicht so absehbar war, dass Sie es machen. Wie haben Sie denn die Vorbereitung erlebt? Wir haben ja gestern schon ein bisschen darüber gesprochen. Erzählen Sie mal. Ja, das ist eine kleine Anekdote. Ich saß mit diesem Heft in einer kleinen Trattoria in Italien, einer reinen italienischen Trattoria. und habe mich fünf Stunden mit dem Heft befasst am Abend. Habe mir meine Notizen gemacht, habe es immer durchgeblättert. Und plötzlich wurde mir klar, dass um mich herum ja lauter Italiener sitzen, die kein Wort davon verstehen und die nur die Bilder sehen. Und dann habe ich das Heft einmal kurz daraufhin angeguckt und mir gedacht, die müssen sich doch fragen, wie sich ein Mensch sechs Stunden lang mit so etwas wahnsinnig langweiligem beschäftigen kann, wenn man nur die Bilder sieht. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht auch ganz gut für die Heftkritik und habe das Heft haptisch noch mal genau so gebaut, wie es ist. Ich habe nur alle Worte rausgenommen. Es waren dann nur die Bilder da, auch im Layout genau an den Stellen, wo sie waren. Es waren keine Überschriften mehr und kein Tech, nichts. Und habe so bei Zeitwissen so vernichtet, habe ich das Blatt gar nicht. Aber ich habe damit eröffnet und habe gesagt, ich zeige euch jetzt euer Blatt, wie es aussieht. Erstmal nur, wie es aussieht. Und wir blättern wirklich Seite um Seite gnadenlos 108 Seiten mit diesen Bildern durch. Und erstens finde ich, habe ich da gemerkt, dass das eine interessante Übung ist, das zu machen. Und zweitens wurde da mir zumindest selber durch dieses merkwürdige in Italien dieses Erlebnis, wurde mir deutlich, dass einer der Hauptprobleme dieses Heftes, aber inzwischen denke ich auch, des Wissenschaftsjournalismus auch ist, sind Bilder. Und die Frage, mit welchen Bildern arbeiten wir eigentlich? Und wollen wir attraktiv sein oder nicht? Gedanken verformen sich ja nicht nur über Sprache, weil ich was lese oder was höre, sondern auch, weil ich was sehe. Ich sehe was und es wird eine Frage ausgelöst. Ich sehe was und es löst eine Erinnerung aus. Ich sehe was und es löst eine Irritation aus, einen Widerspruch. Und diese Tatsache benutzt der Wissenschaftsjournalismus relativ wenig. Er hat, ich sage es mal grob, zwei Richtungen der Bilder. Das eine ist die Arbeit an sich des Wissenschaftlers. Also man sieht ihn vor der Bücherwand, im Labor, vor einer rätselhaften technischen Maschine, vor vielen Kabeln oder sowas. So. Meistens kein sehr spannendes Bild. Und die andere Art des Bildes, das wir produzieren, also ich lasse jetzt mal die Hubble Space Bilder weg, das ist wieder was anderes, aber die, die unsere Redaktionen produzieren, sind sogenannte, oder so kann man sagen, rationale Übersetzungen des Themas. Also wenn das Thema ist, die Kunst sich zu entscheiden, dann produzieren wir ein Bild, wo eine Frau unter einem Wegweiser steht, dann geht es rechts und links und die macht irgendwie so, guckt ratlos nach oben. Das heißt, es ist Kunst zu entscheiden, oder es werden komische Collagen gemacht, Intelligenztesten, die Glühbirne im Hirn, also so an der Grenze zu Titanic laufende Versuch, das Thema nochmal, ob dasselbe, was in der Überschrift steht, nochmal mit einem Bild zu versetzen. Und das habe ich da gezeigt und das war lehrreich und ist vielleicht für die Diskussion auch ganz interessant, auch mal auf die Bilder zu gehen. Wir hatten vorher schon mal kurz die Bilder gestreift, aber mit welchen Bildern arbeiten wir? Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Da wollte ich gleich zurückkommen. Sie haben das ja gerade so schön beschrieben mit der Glühbirne im Gehirn, da geht mehr Licht auf oder eben das Oberlehrerhafte mit einem weißen Kittel vor der Bücherwand. Ich glaube, Sie haben auch beim Textlichen, das hatten wir ja schon häufiger, das Besserwisserische, das Belehrende, Schulstunde, was einen langweilt. Ich glaube, das war auch ein Kritikpunkt, den Sie mir erzählt hatten. Das findet sich ja also in Text und Bild wieder. Was wäre denn Ihre Lösung dafür? Also soll man jetzt den rausschicken, ich sage jetzt mal von den Schreibern, der eben sich nicht so gut in den Studien auskennt, der mal mit ganz anderen Fragen an den Wissenschaftlern herantritt? Was wäre Ihre Idee dazu? Also ich will mal vorausschicken, das ist hier oft schon gesagt worden, dass der Wissenschaftsjournalismus, wenn das jetzt immer so gesagt wird, im Prinzip sehr gut ist. Und dass er auch vor allem an den Stellen, wo er faktenorientiert ist, und wo er das sagt, was Wahrheit ist, nicht angegriffen werden soll, wenn wir hier über neue Erzählformen reden. Aber ich glaube, was mich vorher ein bisschen irritiert hat, war immer diese Geschichte, die Wissenschaftler sind langweilig, die Menschen sind langweilige Menschen, und man muss den Menschen, sollen wir den jetzt an den Anfang nehmen, oder sollen wir den nicht an den Anfang nehmen? Das hat mich ein bisschen irritiert, ein ganz komisches Gefühl ausgelöst. Ich glaube, meine Erfahrung ist da auch anders. Sie haben alle mehr Erfahrung. Ich habe im Laufe meines Journalisten-Lebens natürlich auch immer wieder mit Wissenschaftlern zu tun gehabt und habe festgestellt, die sind genauso langweilig oder nicht langweilig wie Schauspieler, Brett Pitt ist auch langweilig, wie Schauspieler oder Theaterregisseure oder Schriftsteller. Der Mensch hängt immer damit zusammen, was tut er, warum tut er es, wo tut er es, in welchem Zusammenhang tut er es. Und ich habe erlebt, dass Wissenschaftler sehr, mich haben sie immer sehr inspiriert. Mir hat das immer gefallen. Ich bin immer weggegangen mit neuen Gedanken und neuen Inspirationen, nicht weil der als Mensch so wahnsinnig toll ist, sondern weil ich einen Menschen getroffen habe, der in seinem Kontext da sehr spannend war. Und ich finde, das möchte ich auch nochmal vorweg sagen, bevor ich dann zu dem komme, wie ich glaube, dass man vielleicht erzählweise ein bisschen anders machen kann. Ich finde Wissenschaft im Prinzip erstmal schon mal ganz toll eine Zuversichtsmaschine. Ich bin vielleicht naiv, aber Wissenschaftler werden Wissenschaftler, weil sie was rausfinden wollen, letztlich um die Welt zu verbessern. Warum sonst? Es war immer so und es wird immer so bleiben. Also haben wir hier ein Riese, in einer komplexen, schwierigen Welt, haben wir an einer Stelle eine riesige Zuversichtsmaschine, die auch warnt und die, klar, aber im Prinzip ist sie zuversichtlich. Und wir haben ein sagenhaftes Abenteuerwelt. Sie können heute nichts mehr entdecken mit einem Segelschiff wie Kolumbus, aber Sie können in der Wissenschaft die Niederlagen, die immer wieder neu ansetzen, die Konkurrenz da drin. Das ist alles ein faszinierender Ort. Zeigt sich aber, da ist die Wissenschaft zum Teil selber schuld und zum Teil auch wie Medien, zeigt sich als Wand der, sagen wir mal, Besserwisserei, ich überzeichne jetzt, wir wissen es und ihr vielleicht nicht so, also so etwas Geschlossenes, nur auf Ergebnisse, wir lassen ab und zu mal so Ergebnisse raus, das wissen wir jetzt, das wissen wir jetzt, das wissen wir nicht, das ist gar nicht erwiesen und so, aber es wäre ja eigentlich unsere Aufgabe, auch in dieses System mal reinzugehen, weil da Geschichten drinstecken und auch Geschichten, die spannend sind, finde ich. Also, ich will mal den Diskussionsfaden so weiterführen für die weitere Diskussion, ob man die grundsätzliche Richtung, dass die Wissenschaft etwas tut, der Journalist nimmt das, was sie tut und was sie herausgefunden hat, übersetzt es und bringt es, auf welche Erzählweisen auch immer, an den Leser. Ob man das nicht umdreht und sagt, der Leser, wir alle, haben in dieser komplexen Welt komplexe Fragen zu unserem Leben. Ob es um Beziehungen geht, ob es ums Wetter geht, ob es ums Reisen geht, wir wissen, diese Welt ist komplex. Und wir haben Fragen dazu. Und ob man nicht immer wieder mal macht, das wird eh gemacht, aber ob man das nicht noch mehr zum Prinzip macht, dass wir diese Fragen nehmen und sie in dieses große, kluge System der Wissenschaft mitnehmen, als Journalist. Und sagen, so, mit der Frage mache ich mich jetzt mal auf. Die trifft selten genau eine Disziplin, die Frage, ich muss da ein bisschen umherirren, ich muss da, nämlich habe ich vorher schon bei der Homöopathie gesagt, aber ich nehme die Leute mit, ich nehme die mit, die Leser und sage, ich gehe jetzt mit dieser Frage, wir haben das jetzt gerade über, macht emotionale, macht harte Arbeit auch emotional härter. Weiß das hier jemand? Ich weiß nicht. Wenn einer 35 Jahre lang mit dem Presslufthammer Straßen aufhackt und der andere sitzt da und schreibt Gedichte, hat das einen Einfluss auf, so, weiß ich nicht, mit der Frage kann ich jetzt mal losmarschieren. Nicht nur zum Psychologen, also da muss ich schon, da muss ich mich schon mal überlegen, wo gehe ich da überall hin mit dieser Frage. Ich finde sowas spannend, ich finde sowas toll und ich muss auch nicht zurückkommen mit der Antwort ja oder nein. Das erwarte ich gar nicht. Erwarte damit, dass ich auf Leute treffe, die Probleme lösen, die mit Problemen kämpfen, die selber in einem klugen System sind und die mir dazu was sagen können. Noch mal zurück zu der Frage, wen schicke ich denn dann los als Chefredakteur oder als Ressortleiter? Wer, der sich super auskennt oder der, der mit ganz anderen Fragen losgeht? Bei der Frage gibt es schon mal gar keinen Spezialisten, weil das ist ja nicht, ist das jetzt ein Arbeitsforscher, also das weiß man gar nicht. Ich glaube, dass das ein Gefühl sein muss von den Redaktionen und ich würde in jeder Hinsicht immer vor der Masche warnen. Ich würde also davor warnen zu sagen, es muss immer einer hin, der sich gut auskennt. Ich würde davor warnen zu sagen, es bleibt nie einer hin, der sich gut auskennt. Es muss immer der Naive sein. Genauso wenig, wie ich sagen würde, soll man jetzt den Menscheneinstieg machen oder nicht? Das hängt davon ab, was ist die Geschichte? Und so wurde vorher schon mal gesagt, wenn der Mensch die Geschichte ist, dann muss man ja auch mit ihm einsteigen und wenn das nicht ist, dann nicht. Ich würde das unterwerfen der Frage, was wird langweilig und was wird spannend. Wir haben vorher über vieles geredet und von Ihnen kam öfters der, wir haben einen Auftrag. Ich würde zu diesem Auftrag auch dazu zählen, wir dürfen nicht langweilig sein, weil wir gerade jetzt, wir Printjournalisten, da was vergeigen, wenn wir langweilig sind und uns hinter einem Auftrag verschanzen. Ich weiß, Sie haben es nicht so gemeint, aber das ist mir völlig klar. Nur, ich weiß auch aus der Praxis, auch mich selber betreffend, dass man sich gerne hinter Handwerk, Auftrag und so weiter auch, da kann man auch, bringt man was zurück, das hat den richtigen Auftrag erfüllt, ist gut geschrieben, ordentlich geschrieben, hat einen ordentlichen Aufhänger, ist alles eigentlich irgendwie ordentlich und am Ende ist es dann doch vielleicht langweilig. Das ist wahnsinnig schwer, sich das immer wieder vorzunehmen, aber danach würde ich auch aussuchen, wen schicke ich da hin. Wäre es ratsam oder würde dabei helfen, wenn der Journalist, Sie haben ja vorhin gesagt, diese Besserwisserei geht einem auf die Nerven, oder ging Ihnen auf die Nerven, geht los und sagt, ich habe jetzt die Frage, ich weiß die Antwort nicht, wenn auch der Forscher in seine Seele blicken lassen würde. Also sagt irgendwie, ich weiß einen kleinen Tüpfel, aber ich bin am Anfang oder da bin ich gescheitert. Exakt das finde ich spannend und exakt das finde ich, sollten die Wissenschaftsjournalisten nicht wegbügeln durch ihre Einordnung. Weil ich verstehe das mit der Einordnung, aber ich finde es spannend, wenn ich lese, der hat das jetzt gemacht, die Studie, aber er weiß selber nicht genau, ob diesen Ergebnissen schon zu trauen ist. Er weiß es selber nicht. Und oft sagen wir dann, dann lassen wir sie weg. Verstehe das. Und ich weiß, warum man es macht. Und wahrscheinlich mache ich es in neun von zehn Fällen auch so, weil man halt so tickt. Aber es kann auch anders sein. Ich habe am vergangenen Freitag mit dem Chaos-Mathematiker, mit dem Peitkin, den Sie sicher alle kennen, noch ein längeres Gespräch gehabt und habe ihn zum Schluss gefragt, würden Sie einem jungen Menschen empfehlen, Mathematik zu studieren? Heute. Und er hat gesagt, ja. Und dann hat er zu meiner Überraschung der erste Grund, und zwar deshalb, es kam der erste Grund, weil man in der Mathematik lernt, mit Niederlagen umzugehen. Und zwar so, dass man ein ganzes Leben was davon hat, weil es immer wieder kommt und weil die Mathematik gnadenloser ist als der Sport an der Stelle. Und das hält einen, das ist ein bereicherndes Element. Das hält einen wach. Das fand ich zumindest eine überraschende Antwort und lenkt den Fokus darauf hin, dass offensichtlich das Dasein als Mathematiker doch ein Stück spannender ist, als man es erwartet. Und da muss es auch entsprechende Geschichten dazu geben. Das ist sozusagen die erzählerische Form auf der Schreiberseite. Wir haben ja vorhin gesagt, über Bilder haben wir noch nicht so viel gesprochen. Was wollen Sie denn da anders machen? Nicht die Glühbirne im Kopf. Genau. Ja, also nochmal, alles ist ja hinter der Versuche. Man kann dann das Heft aufschlagen und sagen, auch nicht besser. Klar, aber ich glaube, dass die Wissenschaft, oder wir wollen das jetzt mal versuchen und ich denke, dass der Versuch lohnt an vielen Stellen. Wissenschaft hat ja was mit unserem Leben zu tun, mit unserem Dasein. Und nicht darum geht es. In jeder Verästelung der Wissenschaft geht es um unser Leben. Warum nehmen wir nicht die Bilder aus unserem Leben? Die Bildwelten aus unserem Leben. Menschen, Natur, Kunst, es gibt Bildwelten. Wir müssen doch nicht einen langweiligen Menschen mit weißem Kittel im Zerren vor einem großen Magneten fotografieren. Was bringt das? Es ist ein Bild, das, wenn Sie für sich alleine sehen, wo jeder sagt, ja, Mensch vor Maschine. Ja, früher hat man gesagt, wir kommen an Orte, wo der normale Leser nicht reinkommt. Dieses Bild ist jetzt bekannt. Genau. Aber die ersten Bilder der großen Magneten waren ja okay. Ja. ja, logisch. Ja, klar. Aber es wird ja immer mehr, es ist immer mehr rechnergestützt. Die Bilder, es sei denn, die Wissenschaft selber liefert die Bilder, das hatte ich schon gesagt, also aus dem Weltall oder aus dem Mikroskop, das ist klar. Aber die haben ja meistens was damit zu tun. Oliver Gers sagte vorher, Liebe, ein Cover, Liebe und eine weinende Frau. Weil ja ein Wort dazukommt. Und wenn Sie ein Wort zu einem Bild dazusetzen, dann können Sie ganz schnell in einem wissenschaftlichen Kontext sein. Ich habe ein Beispiel aus dem Wissenschaftsjournalismus aus der vergangenen Zeit, wo alle dachten, das verkauft super. Angelina Jolie und Brustkrebs und die Heldin, die quasi gefallen ist durch die Krankheit und was geopfert hat und wieder auferstanden ist. Und alle sind draufgesprungen, also Stern und Bild und so weiter. und es hat sich wahnsinnig schlecht verkauft. Und alle rätseln jetzt, warum. Hätten Sie es gemacht und hätten Sie es anders gemacht, wenn ja? Ich fand den Sterntitel damals sehr schön. Es war schwarz-weiß auch noch. Ich fand diesen Sterntitel toll. Ich fand es gut, dass der Stern das thematisiert hat. Das war das Thema, was gerade da war. Er war ein bisschen spät. Also es hatte was mit dem Zeitpunkt zu tun, wann das rauskam. Also vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass die Leute jetzt schon überdrüssig waren. Ich würde also auch nicht alles in dem Verkauf unterwerfen, aber ich fand dieses schwarz-weiß-Bild von Angelina Jolie und diese Nachricht, ich fand das einen guten Titel. Gibt es einen Wissenschaftsartikel aus der Vergangenheit, wo Sie sagen, optimal gelöst? Habe ich von vorn bis hinten durchgelesen, war spannend. Also ich sage einen ausländischen, in der New York Times war eine Geschichte über die Krankheit der Orange. Endlos lang. Also wirklich so, dass man denkt, oh komm. Wie lange geht es noch? Den fand ich ganz toll erzählt, weil er mich mitgenommen hat, weil die Abfolge der Erzählung immer wieder ein Cliffhanger war. Es entsteht wieder eine Frage bei der Reporterin oder dem Reporter. Und er macht sich wieder auf und die Antwort. Und dann geht es wieder weiter. Dann kommt wieder eine neue Frage. Jetzt hat er da, aha, dann stellt sich aber diese Frage. Und dann ging man so weiter. Man blieb deshalb dran, sie hatten dieses klassische Plateau und da wird alles vorweggenommen und hinterher kommen die Belege. Und das andere war, was ich auch sehr gut erzählt fand, wo ähnlich war in Geo von Christoph Kuglik diese Intelligenz, wie intelligent ist die Masse oder so ähnlich, also Datenintelligent, also diese Big Data Geschichte im Grunde genommen, die fand ich in der Art, wie sie erzählt war, auch sehr gut. weil da dachte ich, das ist eine, die lese ich jetzt, muss ich jetzt lesen, aber will ich eigentlich nicht lesen. Und dann habe ich gemerkt, die war aber gut erzählt. Auch in so einem dialogischen Mitnehmen des Lesers. In dem Moment, wo bei dir die Frage aufleuchtete im Hirn, hatte er sie auch. Und dann hat sie auch hingeschrieben. Und dann ging es immer so weiter. Das hat mir gut gefallen. Und letzte Frage, ich kenne Chefredakteure eigentlich immer in der Rolle, man will was ausprobieren als Journalist und der Ressortleiter sagt, ja mach und dann probiert man es und dann wird es wieder sicherheitshalber glatt gebügelt. Weil es könnte nicht gefallen, es könnte die Zielgruppe irgendwie verärgern, es ist zu experimentell, wir haben das noch nie so gemacht. Das machen sie ja jetzt dann wahrscheinlich anders. Also sie befeuern das eher anders zu machen. Ja, ich hoffe das, aber ich bin genauso wie alle anderen auch. Ich bin genau so ein Schisser, der, wenn er dann so eine Geschichte hat, man denkt, ach, müssen wir da nicht nochmal die andere Stutte, also müssen wir es nicht nochmal hart machen oder lassen wir das lieber weg, das ist da ein bisschen, ich bin da auch nicht anders, aber wir wollen versuchen, bei Zeitwissen, wir sind ja sehr, sehr wenig, ein sehr kleines Team, wir wollen versuchen, uns immer wieder uns davon so ein bisschen zu befreien und zu sagen, wir wollen in Zukunft immer wieder mal so etwas Neues probieren und dann auch dazu stehen und sagen, jetzt erzählen wir es so. Gut, vielen Dank. Tschüss.